Und dann denke ich mir wieder, warum? Warum? Dann wirst du wieder real. Sorry for speaking in German. Jetzt hackt's langsam, dass ich mich als Deutscher für meine deutsche Grammatik entschuldigen muss. Nein, 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 nein! I miss the shit. Oh, I just fucking teamkilled somebody. Whoops. Great player. Great player. Yeah, he just ran randomly. There were three guys in front of me and he just ran into my gun and I was like, okay, why not? Okay, guys, defend this position till we got it. And then we shall move forward to catch the new points. What is with Battlefield 4? What is with Battlefield 4? Adipose! What? What the fuck did he said? What the fuck did he say? What the fuck did he say? I have not understood. But Adipose is learning English and he's getting better and better and then you confuse him with this shit. Please talk normally so Adipose can understand you. No. Oh, you're telling me that my grammatical stuff in English is too educated for Adipose who is just a new guy into the English world to remember. I'm going to see you right there, guys. The facility is ours. What is he doing? What is he doing? What is he doing? What is he doing? Alright, I said a new waypoint. Please follow my instructions. You shall now proceed to capture this. I got a free drive. A little marijuana, a little hashish, speed. What do you want to do with speed, man? What do you want to do with speed? What do you want to do with speed? What do you want to do with speed? Do you have any questions? Are all the questions answered? Nah. Maybe he will use speed. Maybe he will use speed. Maybe he has to go down the window. Maybe he will use speed. Maybe he has to be careful with the magic stuff that comes out of the bag. Bus spawn Ich war das erste was ich höre ist Bus spawn Also geil ist einfach nur Scary Movie Hey du hast ein Tattoo! Was steht da? Hat mich gefickt! Du hast auch ein Tattoo! Hey! Was steht da? Ray! Ray hat mich gefickt! Ray hat mich gefickt! Warte mal was? Was? G4 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 Kannst du mich invitern? 2 Prowlers sind dort. Wo, 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 wo? I will! Das ist ein F***ing anderes. We are at Arissandra, north of Acer Sausson Can you please invite me? I typed something in the outfit chat DETA BADDIC! Razer, please invite Coleric What is their magical password? Shut up Schnauzer! No, in Wiener Würstchen, ihr Lappen! How can you forget it? Wiener Würstchen! Oh, I wanted to say penis, then I wouldn't be wrong Ja, nur weil deine Größe von einem Wiener Würstchen abstammt, heißt es nicht, dass das ein richtiger Passwort ist Oder ein Cocktail Würstchen, das ist noch ein bisschen kürzer Mit Würstchen kennt die Gwinnie sich aus Na, eher nicht, aber Na, so was zählt bei mir nicht, dann müsst ihr euch was anderes verlegen Das ist hässlich und nicht wurzeln von den Eltern geliebt Komm, 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 komm! Hat das wenigstens bisschen wehgetan? Was? Ich hab' gesagt, du bist hässlich und wurz von deinen Eltern nie geliebt Hat das wenigstens bisschen wehgetan? Nö, weil meine Mutter hat mich geliebt und ich bederbe alles andere als hässlich Bederbe alles andere als hässlich, naja Da hinten ist ein Arsch! Scheiße! Jugo, du bist Grammatik sein Vater, Alter Okay, geil! Keep producing! I keep... Oh, no! I'm off the fucking line I keep producing, what the fuck? Scheiss BBRB, Alter! Oh, no! Oh, no! Oh, my God! And what I wanted to say, keep pressing against the enemies spawn, not producing the enemies What the hell? Tower! Tower counter... Tower! Tower! Errrr, errrr, help me everything Help me! Help me! Might work, maybe there's a stripper camouflage or something like it Das ist aber nicht mehr Imperial Guard kann man ändern und weg ja 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 super ich bin hier irgendwie unter 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 so einer komischen platte was mache ich mir jetzt das müsst ihr euch angucken das ist voll die todesfalle komme einer rum komm mal rum da war ja auch schon drinnen voll abfuck alter ich hab ein sunday die philis are you there gott sei dank musste ich meine deutscharbeit darüber schreiben wie sich gewinnt wie sich killerspiele auf menschen auswirken gar nicht alles ruhig und er so morgens in der arbeit so dann kam er um mich und dann bamm 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 alter oh my god das ist so fachig Es ist Zeit zu sprechen Englisch, Razer. Ich kann immer Englisch sprechen. Are you fucking kidding? Alpha 4, GO! Come on! Next artist will be... To support Echo Valley Substation! So will ich jetzt nach Elsa Attack? Hostile, in the air! Hostile, in the air! Ach ja, die gute alte Razer Taktik! Alle raus, alle raus! Wie denn, tippt er einmal mit den Lacken, schießt er einmal auf mich, tschüss doch und dann schießt er einmal mit den Blumen auf den Blumen auf den Blumen zu helfen Den Blumen zu nehmen Thank you very much Egal was ist, nimm einfach irgendwie weniger Versuch's Nein, warum soll ich dich? Ich hab's zu Spaß zu nehmen Es ist die Hälfte, so wir nehmen die Hälfte